Der Bagger der Geotech Pro Serie konzipiert für Operationen wie das Umpflanzen, die Erstellung von Entwässerungssystemen, die Gestaltung von Terrassen sowie das Entfernen von Steinen und Schutt. Seine Anwendbarkeit erstreckt sich auch auf die Reinigung von Gräben und Wasserläufen, was eine Vielseitigkeit unterstreicht, die ihn in verschiedenen Betriebskontexten unverzichtbar macht. In Bezug auf Mobilität und Dynamik zeichnet sich der Geotech Pro Bagger durch seine Fähigkeit aus, seitliche Verschiebungen am Rahmen vorzunehmen. Diese Eigenschaft ermöglicht es dem Werkzeug, sich geschickt zu bewegen und reduziert die Notwendigkeit, den angehängten Traktor kontinuierlich zu bewegen. Diese Mobilität wird durch das Vorhandensein eines autonomen Hydrauliksystems verbessert, das optimale Leistung und Betriebsunabhängigkeit gewährleistet. Dies bedeutet, dass der Bagger effizient und vielseitig unter verschiedenen Arbeitsbedingungen eingesetzt werden kann. Seine Struktur beinhaltet einen bis zu 180 Grad drehbaren Ausleger, der eine hervorragende Mobilität und Präzision bei Grabungen gewährleistet. Die Hauptgelenke, hergestellt aus gehärtetem und geschliffenem zementiertem Stahl, sind so konstruiert, dass sie Belastungen standhalten und sind mit Schmiersystemen ausgestattet, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Schaufel ist in einer optimierten Form gefertigt, die eine hervorragende Bodendurchdringung und eine effiziente Materialaufnahme sicherstellt und zudem eine gute Mobilität garantiert. Stoßendurchdringent Musik 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 Bis zum nächsten Mal.